Ich muss dir was sagen. Ich hab seit einiger Zeit einen Freund. Selina, du bist erst 14. Ein Freund kommt nicht in Frage. Deine Mutter hätte es auch nicht gewollt. Aber ich liebe ihn. Und Mama ist nicht mehr hier seit der Trennung. Dein Freund ist doch bestimmt kriminell. Woher willst du das denn wissen? Willst du denn nicht das Beste für mich? Willst du nicht, dass ich glücklich bin? Ich will das nicht mehr hören. Du bleibst jetzt hier im Haus. Du kannst mich mal. Warum macht denn keiner die Tür auf? Ist hier überhaupt jemand? Hey, ich bin wieder zu Hause. Wo kommst du her? Du sollst jetzt zu Hause bleiben. Das verstehst du eh nicht. Hat er Schluss gemacht? Ich hab's dir doch gesagt. Nein, hat er nicht. Du bist für mich gestorben. Tschüss. Hi, Luca. Kannst du einmal kurz zum Strand kommen? Ich brauch dich. Ich muss mit jemandem reden. Okay, bis gleich. Hey. Hey. Ach, ich brauch gerade echt jemanden zum Reden. Ich will nicht zu meiner Familie zurück. Meine Mutter ist nicht da und mein Vater versteht das nicht. Du kannst bei mir bleiben. Es wird alles gut. Wirklich? Das ist so nett von dir. Ich bin doch für dich da. Keine Angst, mein Schnuffi. Das ist so nett, 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 mein Schnuffi. Das ist so nett. Was ist du, dein Vater ist? Was ist mein Vater? Was ist mein Vater?